Ah, du hast es unbeschadet her geschafft. Wieso Sachsen? Mir ist das gleich nochmal. Wir halten ihre zarten Hände lieber aus dem Getümmel heraus. Meine Kundschaften haben mir berichtet, dass die ersten Edelinge bereits eingetroffen sind. Gut, wenn wir die Tane ergreifen, kommen sie uns nicht in die Quere, wenn ich mir Elfried hole. Und wir könnten sie dazu bringen, einen neuen König von West Sachsen zu unterstützen. Ich werde sie unterwerfen. Nimm die Orla von Tudor mit. Sie könnten bei der Überzeugung der Tane behilflich sein. Bruder, nimm mit Erke und Stoe die Feste ein. Erledigt jeden Sachsen, der sich in das Dorf wagen will. Gerne, Eivor. Jeder kennt seine Aufgabe. Mögen ihre Klingen an unserem Mut zerschellen. Mehr stand nicht im Manuskript, Alisea, ne? Heute fällt West Sachs' letzter Widerstand. Eivor, ich folge dir. Ich auch. Seid gefräßige Wölfe und krechzende Raben. Bleibt standhaft mit der Axt in der Hand. Dann stehen wir diese letzte Schlacht gemeinsam durch. Und vergesst nicht. Elfheit gehört mir. Soma zu mir. Ich bin mir Elfheit und stelle ihn zur Rede. Darf ich jetzt töten? Ich habe eher das Gefühl, dass die auf einen lauern. Also ob das hier unbemerkt geblieben ist. Nähert euch dem Dorf und wartet auf mein Zeichen. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Ja, irgendwie die Rate aus diesem Gotteshaus. Ja, lauft, lauft. Ich bin es, oh ja, du. Jetzt bist du auch ein bisschen strüller. Geht ins Gotteshaus? Also ich würde ja eigentlich eher ins Langehaus gehen, aber okay. Elfheit, stell dich mir! Und meine Fackel wird den Rest von West-Sächse verschonen! Hast du wirklich geglaubt, mein König würde dir den Rücken zukehren, Eivor? Wenn deine Klinge noch vom Blut von Wareham trieft? Geh zur Seite, Godwin. Ich bin wegen Elfheit hier. Elfheit ist längst fort. Und dieses christliche Fest ist nichts als ein Honigtopf, um die Wespen anzulocken. Wo ist er? Er sammelt seine Verbündeten. Alle, die West-Sächse unter einem Gott vereint sehen wollen. Du kannst Englerland nicht mit einer Horde Bauerntölpel und gottloser Heiden erobern. Wenigstens würde ich sie nicht zum Sterben zurücklassen, während ich mich wie eine Ratte davanschleiche. Du hast keine Ahnung von Pflichtgefühl oder dem Treuedienst, den ich bereitwillig leiste. Sein Plan für Englerland, für die ganze Welt, ist meinen Tod wert. Dann sing dein letztes Loblied. Komm, Raben-Nehre! Lass uns kämpfen! Wir hätten Verbündete sein können. Nun stirbst du durch meine Klinge. Ich werde nie vor Elfheit knien. Ja. Uhlala. What? Wir hatten das jetzt nicht gezählt. Gut doch. Immer wieder herrlich. Durch diese Scheiß-Schild-Scheiße. Ey, ich kann das so verdammt gut kontern. Alter! Uuuh! Das gehen in die Eier. Du bist besiegt, Godwin. Besiegt? Nein, sicher nicht. Durch meinen Tod wird mein König leben. Elfret hat dich ausgenutzt. Er warf dich mir in den Weg. Doch wofür? Er verzögert nur das Unvermeidbare. Dann töte mich. Es spielt keine Rolle. Hier stehst du nun, blutverschmiert und außer Atem. Doch keinen Schritt näher an meinem König oder seinem Thron. Diese Insel wird niemals deine Heimat sein, Eivor. Du wirst sie weder mit Gewalt noch mit anmaßenden Worten erobern können. Wir Sachsen werden standhalten. Schulter an Schulter gegen Diebe und Tyrannen. Die ihren gierigen Blick auf unser Englerland richten. Nein. Ich werde dich benutzen, wie ihr mich benutzt habt. Nach nur ein paar Stunden mit meinen Männern wirst du uns zu deinem Spatzenkönig führen. Das werde ich nicht zulassen. Tja, katholisch kommst du jetzt in die Hölle, Digga. Alle anderen können fliehen. Ich kämpfe weiter. Ich kämpfe weiter. Ich kämpfe weiter. Ich kämpfe weiter. fülle ich mich verreißt. Nein. Nein. Ach Jungs, Udo in Langenhausen bewacht, die Tarnreife, ah ok. Ich habe so das dumme Gefühl, dass das nichts bringt, dass ich jetzt gegen die alle kämpfe. Trotzdem machen wir es mal. Ich kann ja meine Leute hier nicht allein lassen. 147, 26, da bin ich nicht gleich hier. Gut rum, du musst mit den anderen kämpfen. Diese Männer werden sich dicht ergeben. Und so ein kleiner Hasenfuß hat dich hinter dieser Tür versammt. Ich finde einen Weg hinein. Du guck, der tut laut von oben. Oh, du kannst blitzen. Tschüss auf. So, den bitte ich mich nicht weiter kümmern. Hey, hallo Arschloch. Ich muss wissen, der Bruder die Feste erobert hat. Gute Arbeit, Guru. Die anderen schlagen sich hoffentlich jedem so gut. Hei, 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 hei. Die brudelt aber die Kacke, du. Ach, Hunwald. Lass dich nicht von diesem Kratzer unterkriegen. Mir ist so kalt. Ist der Winter hereingebrochen? Du wirst dich schon bald mit Met und deinem Tanz wärmen, mein Freund. Wohl eher nicht, Evo. Ich werde schon bald neben meinem Vater sitzen. Ob er wohl stolz auf mich ist? Er wird dich an seine Brust rücken, dich warm empfangen und dir sagen, dass nie jemand einen würdigeren Sohn gehabt hat. Ich bin froh, dich gekannt zu haben, Evo. Du treust. Um ihn tut es mir irgendwie voll leid, auch wenn er genervt hat. Du hättest nicht, ich muss wissen, ob Oda die Feste erobert hat. Tja, ja, aber du wurdest gewarnt, wenn du das meinst. Hättest du dir in den Popo geschossen. Ich störe das Tor, der Feste? Erstmal wird das Ding kaputt gemacht. Das hasse ich nämlich für die Pest. Oh, ihr seid zu blöd, einmal hier rüber zu klettern. Oh, das Tor ist eingebrochen. Oh nein, was ist nur geschehen? Was ist nur geschehen? Wo ist er? Kannst aber mit dem Hämmer schon gut umgehen. Ach ne. Pike. Au! Alter! Der Typ da ist ein Gegner. Dann tötet auch den Gegner und nicht mich. Irgendwie ist einkauflich flöten gegangen. Der Herr gibt mir Stamm. Das ist nicht nötig. Es waren soweit alle. Haltet die Feste unter Kontrolle. Ich muss den anderen helfen. Den anderen? Nein. Hab doch jetzt jedem geholfen. Hm. Jetzt schießt hier kein Arschloch mehr. Ei. Könnt ihr von weit schießen. Nein. Und Eierblatt. Nachwuchs im Arsch. Ich bin liebe denen trotz unserem Gott und dem König. Sie die Sechsen. Kein Problem. Gerne. Nein. Ich bin liebe. Ich bin liebe. Hör auf mit einem komischen Ding da rumzuschlagen Das ist ja pervers Oh, kannst du denn mit dem Scheißgesülz mal aufhören? Der Ärmchen noch verlörn Attentat, da liegt doch das Oh, okay Das wird ein Schädeltier sehr wichtig Echt mal langweilig Ich hab doch gesagt, das wird ein neues, schönes T-Service mit Köpfen T-Service aus Köpfen Wieso soll ich was dagegen haben? Ja, Gudrum Wir haben Verluste erlitten Einige von ihnen wiegen schwer Ihr König ist geflohen Sein Schoßhund ist tot Die Niederlage halk in ihren Ohren Noch vor dem Frühling Werde ich ihr König sein Gudrum, hör mir zu Soma ist Sie ist tot Soma? Tot? Sie ist bei Odins ewigem Festmahl Und gereicht ihm zur Ehre Naja, wegen dem neuen T-Service Deswegen hol ich die Köpfe ab Ich muss mit den Überlebenden sprechen Ei, 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 ei Erke Du trägst deine Stirn in Falten Stowe trifft dies alles schwer Ihr Brotox hat nachgelassen Er ist ein Mann des Glaubens mit hohen Werten Kein Wunder, dass es ihn quält Wieso hast du jetzt schon wieder die Kapuze auf? Ich bringe ihn zurück nach London Vielleicht findet er dort Trost Du bist sein Trost, Erke Nicht die Stadt, die du schützt Er ist in guten Händen Hab Dankst du Du kamst mir zu Hilfe Als du dich hättest abwenden können Und doch bricht es mir das Herz Zu sehen, was wir heute getan haben War es die rechte Wahl? Ich weiß es nicht Aber es ist geschehen Hätte Elfred seinen Willen Gäbe es nie Freundschaft zwischen Nordleuten und Sachsen Du kämpftest für den Frieden Sei stolz darauf Ich wünschte, das könnte ich Vielleicht mit der Zeit Glaubst du, es wird ein Tag kommen An dem der Sieg nicht mehr ausreicht? Du kannst jederzeit gegen mich kämpfen Wenn du eine völlige einnässende Niederlage erleben willst Allein meine Anwesenheit würde das unmöglich machen Genieße diesen Sieg, Eivor Was er dir auch bringen mag Nur Feiglinge glauben, sie leben ewig Deine erste Schlacht, Elorik Du hast gut und ehrenhaft gekämpft Ist dies der Ruhm, den ihr Dänen sucht? Behaltet ihn Ich sah Hunwald sterben Das Licht schwand in seinen Augen Das hätte ich sein können Du wirst nie mehr derselbe sein Doch wird es dich stärker machen So viel Zeit Verschwendete ich darauf, wie ein Kind zu schwollen Jetzt nicht mehr, Eivor Nicht mehr Oh nö. Fahren deine Finger durch mein Haar. Nie mehr umschließen mich deine Arme. Von jetzt an sind die Tage kalt. Aller Farben beraubt. Leb wohl, mein Einer. Mein Herz stirbt mit dir. Was übrig ist, macht weiter. Ah, da ist noch einer. Bruder? Ja. Und dort wirst du mich finden, Eivor. Knie tief warte ich durch Tod und Blut mit Brodi an meiner Seite, bis eine Valkyria mich holt. Du hast mir mehr gegeben, als ich je hätte verlangen können. Wie soll ich das wiedergutmachen? Vergiss ihn nicht. Wenn ein Krieger betrauert wird, seine Taten gefeiert und seine Lieder gesungen werden, kann er niemals sterben. Bist du verletzt, Jürger? Nur Schramm. Ich habe den Herrn in mein Herz geschlossen. Und er hat über meine armen Knochen gewacht. Die Gefallenen sind nun bei ihm. Und meine heidnischen Freunde? Einst glaubte ich, dass die, die sich seines Lichtes verwehrten, verdammt seien. Doch wer die Freundschaft so ehrt, ist ein Teil meiner Gemeinde. Obwohl dein Gott schon den Frieden predigt? Den werden wir haben. Christen und Heiden. Seite an Seite. Nie soll er gebrochen werden. Das würde deinen Christus freuen, glaube ich. Deine Freya ebenso. Er wird richten, die Lebenden, uns die Toten. Die Olaf, Gedrick. Ihr seht so ernst aus. Solch heilige Feste mit Blut und Mord zu stören. Ich fürchte, dass Gott mir das nie vergibt. Wäre dein Gott auf Elfretseite gewesen, wir hätten nicht gesiegt. Also tatest du vielleicht doch sein Berg. Elfret lebt noch. Und nun bin ich ihm zweifach Feind. Gib mir noch einen Kampf und ich mach gerne drei daraus. Er ist zahnlos und kaum eine Bedrohung für uns. Dieser schlüpfrige Aal mag dich noch überraschen. Der Pfad der Sühne ist lang und einsam. Bald muss ich meine ersten Schritte darauf tun. Deine Schulden bei mir sind getilgt. Ich wünsche dir eine gute Reise. Noch einer? Nee, ne? Das waren sie alle. Ja, so er ist tot. Deswegen. Mein Herz ist schwer. Viele kämpften für uns an vielen. Sie verdienen Frieden. Ist er bereit, sie zu ehren? Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Aber das ist nicht zu sehen. Vielen Dank.